Was ist dir passiert? Der Zombie ist gerade im Teleporter gestorben War da noch einer? Da haben wir zwei Stück Ja mach weg oder? Oder willst du noch wohin? Double Tap holen Ja dann mach Mit Dreierbürst ey Pack's nicht ne Die 19, unser Rekord war 36 auf Zubbafarms ne? Ja ja schlagen wir locker, komm Packen wir hier locker Wie spät ist es denn? Ich hab keine Uhr Warte kurz Das war die Konsole Ja ich komm nur in die Konsole Tapp nicht raus lass Ne warte ich hab ja Fernseher 1.05 Uhr Ich glaube ich spiel gerade mal seit einer halben Stunde Ja Mach tot Die hat jetzt auch zwei Läufe ne? Zeig mal Doch Jetzt zwei Läufe Drei Läufe Drei Achja unten ist noch einer Tatsache Drei Läufe alter Und ACoG Bam Dreierbürst ey Ja ein Burst tot Sehr schön Ey Schau mir nicht meine Doms Wie denn die wohl Insta ist alter? XM8 Double Tap läuft Hast du gepuncht? Ja Ah nein Äh XM9 Sorry Wie ne Schrotze das Ding alter Ja Jetzt stirbst ey Ich sterbe nicht Ja wie ich einfach mal den ganzen Train weg bürste ey Mitchell ich kennst mich doch ich sterbe immer dann wenn ich nicht sterben soll Ja Wo ist es Tisse? Äh immer noch Double Tap Äh immer noch Ich geh mal hin ne Viel Spaß Runden hat zwar gerade erst angefangen YOLO schaffe ich trotzdem Warum renne ich eigentlich oben lang? Das ist doch voll der Weiß nicht du hättest Oh Unten Ja ich hätt unten lang gekonnt Oh Nee Jetzt war Max Ammo Okay jetzt Äh ich besuch dich mal ne Jetzt halt will ich geh mal bei Double Tap rum Naja Bist du mir bei Double Tap? Seh dich nicht Noch bin ich nicht da Ihr könnt ein bisschen was entgegenkommen Naja ich sehs Ich muss erstmal wieder in den Hauptraum kommen hier Ey ein Burst down Alter Was? Gute geschafft und ohne den Zombie zu töten Vom Double Tap zurück zu Hallux zu kommen Aspekt Hashtag Respekt Das hab ich hier Uzi Müll Punkte fahren Waffe Spaß Punch Go go Mach ich jetzt Kannst du Punkte noch fahren bitte Ja Aber richtig ey Ja ich geh mal punchen ne Äh soll ich linken? Osama ja mach mal bitte Ich glaub Osama Osama bleib ich einfach als Hauptwaffe und fertig Ich hab hier noch nen Kopflosen rum zu rennen Tod Ich hab bei mir war auch noch einer glaub ich Lass Lass mal ein Leben Ja einer ist noch Uzi alter wie so ein Rasierapparat Das gelingt schon Ne Ja doch Höh Ich kann nicht Hast du noch Dings hier? Achso ja ich frag dich immer ob du oben lang gehst M1040 Musst du noch Hauptplatte? Ah ich geh Ich warte bis ich Winterhallen krieg ne Lass mich Ich hab den letzten bei mir Geh ruhig punchen Hab ich jetzt gelingt? Ja Wie gesagt musst du noch Hauptplattform Maa jetzt kommen wir doch nicht entgegen Fatze Lauf 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 Ja ich kanns ruhig töten ne Ne ich wär In Ruhe hier mir ner Waffe ziehen Achso ja dann mach halt Ah ne Nehm ich nicht Uzi Punch Ich glaub du kannst hier Die heißt jetzt mein Placer Lass ist der Papp grün Grün? Äh Sag mir nicht der Pappstreik Loll Hä was ist das denn? Was denn? Laber nicht! 2 mal punchen Nein! Papp ist weg Nein warte mal Siehst du das? Ja Komm mal mit Gieß mal Meme Warte ich zieh rein Komm halt hier durch Geil Toll machen die Schaden? Ja Machen gar keinen Schaden Krieg keine Punkte Au! Sag das mal kopflos nicht Was ist das denn für ne Waffe? Kann ich alles mit Min auslegen? Ne ne die gehen nach ner Zeit hoch Achso Ja Hey Gott die sieht nachdenken aus Ja Was? Leuchte groß Ich pack's nicht ey Mein Placer ist Die Idee ist gut Aber die Umsetzung ist ein bisschen schlecht geworden Boah jetzt hör mal auf alter Echt? Ja Gleich wenn sie leer ist Hast du ja nicht durchschluss, wa? Ne 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 Nein Nein Mein Placer ist echt Krafts nett, ne? Komm mal rein hier im Thread Krafts nicht, Alter Die Idee ist genial eigentlich Aber die Umsetzung ist ein bisschen fehl Und alle Jetzt hör doch mal auf mit den scheiß Diggern Geh zurück auf deine scheiß Bühne Jaja Jetzt hab ich ja keine Mumpe mehr dafür Ich werde sterben Immer dieser Teddy, ne? Immer dieser Teddy, der mich da blockiert Ich will immer die Wand lang rennen Ey Packst du nicht, oder? Doch, ey Laber halt Nein Digga, ich hab doch nix Ich auch nicht Ja, was du nicht sagst Ab dich manigern Nein, bitte, renn einmal runter Und wieder hoch Auf die Bühne und dann schaffst du es Kommst du Mitte durch? Ja, warte, 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 warte Ja, lange lebe ich auch nicht mehr Doch, 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 doch Ne, ne, wird schon dunkler Ja, ich bin durch weg Schaffst du, schaffst du, ran, 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 ran Schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du Ja Ja Oh Fuck Renn einen größeren Kreis Ich schaffst, ich schaffst, ich sagst dir Mein Placer, ey Ich packst nicht Schaffst du nicht Ey, wir sterben Du wirst sterben, oder? Oh Gott Der ewige Tausch hier, ey Der!? Ich, ich töten, ich töten, ich... Warum? Ich bekomme sie neu Schaffst du, schaffst du, ich geh' rechts weg, ne? Ich geh mal rechts weg Ohh hoedogs Knappe Geschichte, Junge Warte, lass mich schnell nen Nogger holen! Komm! Meinst du? Geh, geh, geh geh Da musst du den Train übernehmen Und ich geh Nogger holen Ja, ja, okay, los, mach Warte, ich versuche ihn zu nehmen Lauf einfach los Ja, bleib hängen Nein, nein Ich bin Ich hang irgendwo fest Was ist der Hölle Irgendwas hat mich da Ich bin in Telepatte geglitscht Ja, Leute, Runde 21 Aber der Mineplacer, ich pack's nicht Die Idee, Alter Du bist Ich hab weniger Revives Ich bin schlecht